Carsten Maschmeyer schwärmt von seiner Frau Veronika Ferris. Rührende Worte von Carsten Maschmeyer, 62 Bereits seit rund zwölf Jahren ist der deutsche Unternehmer in einer Beziehung. Mit der Schauspielerin Veronika Ferris, 56, 2014 hatten die beiden ihre Liebe dann mit dem Ja-Wort besiegelt. Trotzdem sind süße Pärchenposts auf dem Social-Media-Profil des Die Höhle der Löweninvestors ziemlich selten. Anlässlich des 56. Geburtstages seiner Frau am 10. Juni machte er jetzt aber eine Ausnahme. Carsten machte Veronika eine niedliche Liebeserklärung im Netz. Auf seinem Instagram-Profil teilte Carsten jetzt ein Selfie von sich und seiner Liebsten. Auf dem Schnappschuss strahlen die beiden gut gelaunt und Arm in Arm in die Kamera. Du machst jeden Tag zu etwas Besonderem für mich, weil du es bist, die etwas Besonderes ist. Machte der Unternehmer seiner Veronika eine Liebeserklärung. Zudem vervollständigte er den Post mit dem Hashtag Hashtag Team Forever, also zu deutsch für immer ein Team, und einem roten Herz-Imoji. Damit nicht genug zusätzlich teilte Carsten nämlich einen weiteren romantischen Beitrag in seiner Story. Bei der Lexikon verfasste er eine süße Definition für den Namen seiner Frau, Veronika, starke, selbstständige Frau. Die man aus guten Gründen geheiratet hat. Und was sagt die Blondine zu dem niedlichen Post ihres Mannes? Die Schauspielerin antwortete kurz und knapp, und zwar mit drei Herz-Imojis. Die Schauspielerin antwortete kurz und knapp, und zwar mit drei Herz-Imoji. Die Schauspielerin antwortete kurz.